Herzlich Willkommen auf meinem Kanal und somit wieder zurück beim D&D Techler Trends Kalender. Gestern im Türchen 4 war ja dieses Prologic 9 Zoll Stiff Boom, ich habe mal nachgeschaut das ist ein starres, sag ich mal, zum Auslegen für Zotrick und so, also wird für Pop-Ups benutzt. Ja gut, über die Montage muss ich mir selber mal Gedanken machen, wie das funktioniert. Also ich bin ja kein Bastler, aber das kann man mit Leichtigkeit herausfinden, wie das genau mit dem Rig dann aufgebaut ist. Ja, den Preis habe ich mich natürlich auch schwer getan, habe aber was gefunden und zwar das kostet 2,99 Euro, sag ich mal, circa, also ein paar Cent hin oder her. Na gut, dann schauen wir doch mal heute, das Türchen Nummer 5, bis jetzt, wenn es so weitergeht vom Preis her, kommen wir da locker hin auf das 45, wieder was leichtes, also schauen wir doch mal, sehr schön, von MAD, Touchdown, Tungsten Loaded Rig in 16 Zentimeter, eine Fluorocarbon-Variante ist das, mit hier, sagen wir mal, mit einer Schraube, um das Pop-Up, hier steht es auch, ist ein Pop-Up-Rick, hier kann man das, den Pop-Up mal einschrauben, draufschrauben, ja, High-Carbon-Stil, also mattes Finish, also matte Ausführung, 25 Lips stark, hier sehen wir nochmal schön, die Umantelung, also den Schutz mit dem Schrumpfschlauch, hier ist der Wirbel, hier haben wir den Haken, und zwar in einer Größe, wo haben wir es denn, anscheinend Hakengröße 2 steht hier unten, genau, also etwas größer, wie jetzt beim anderen Rig, es ist jetzt hier nur eins drin, genau, hier sieht man es auch nochmal schön, wie es ausschaut, genau, hier vorne haben wir noch eine Perle, oder besser gesagt, ja, so in der Richtung, oder was ist das, das Gummi, ja, das ist, glaube ich, eine Gummiperle, genau, ja, schön, das ist was, das freut mich wieder, das ist, sowas nütze ich gern, super Sache, wie gesagt, ich schau wieder, im Shop, was es kostet, aber ich verlesse es mal wieder von, ähm, matt, matt, so, das war's dann auch schon wieder, kurz und bündig, Türchen 5, dann sehen wir uns morgen wieder zum Türchen Nummer 6, und damit zum Nikolaus, also ich wünsche euch noch was, bis dann!